ich habe ich habe irgendwie wieder bock den anfangsboss zu töten jetzt habe ich erst mal die zeit ja um mal gucken was ich so alles habe was ist eigentlich erhöht kurz resistent gegen machine schaden mache ich dann mal mehr schaden oder werfen drängt gegner in verfluchten blut klingt irgendwie geil wo findet man eigentlich die sehen von den aschen von den qualen ich habe ja von dem wandeligen ich habe von den zauberartigen zauberartigen plus 1 skelett mittels einsame wölfe und verrotteter hund und bei denen in der mitte habe ich ja schon fast alle dafür mir ja nur noch drei aber ganz unten habe ich ja schon alle der stormfalke ist doch einer der legendären oder was habe ich dafür waffen naja da habe ich alles was gefühlt bei fleisch und so habe ich ja eh schon alles da fehlt mir noch zwei bei bei den pflanzen hier fehlen mir ja bei den fleisch und so scheiß auch noch ein paar zwei sachen hier für mir noch vier da oben fehlt mir beim goldenen sagt kann man noch mehr finden eine schmiedestein gibt es auch nur zwei ja schon der die man selten findet noch bei der großen ohne der ungeborenen gibt es auch noch was bei sprung die kristall doch da auch noch mehr alle heute verarschen da noch drei sachen hier gibt es zwei sachen noch zu sammeln ganz unten wie habe ich ja ausgelassen letztes mal sogar karten für mir noch welche magie schmerz magie alle waffen habe ich so viele wer jetzt jemand meine hilfe oder nicht ich bin extra so nett und gebe euch mein rufzeichen wenn ihr nicht wollt dann bitte wollen müssten eigentlich schon viele spieler schon bei dings sein da hinten wenn du auf die karte guckst ne geh mal an bei dem wasser teil da ist was wenn du zwischen mal malerischer insel guckst da ist ja dieses gelbe teil gehe ich mir mit einem guck ich mir gleich mal an bäume habe ich sowieso fast alle ich habe eigentlich gefühlt schon fast alles wenn man das wo diese zwei gebäude sind bei dem dorf der albinos ist das gehört das eigentlich teil zu diesen beiden gebäuden da oben oder wie kommt man denn da hoch hier ist auch noch so ein fahrstuhl oder was ist dann so hier unten gibt es auch noch ein das wird auf jeden fall eine witzige lange reise ok das da unten war ja das passiert russwitz russwitz zusammengeschlagen schlaf gemacht der königin also wenn da keiner ist weiß ich auch nicht das sind bären das was erwartet ich glaube den bär habe ich noch nicht als boss gehabt bis jetzt habe ich die durch die gold das körper in einem in einer höhle gefunden als seelen kampf 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 guck mir mal hier nach es kann wahrscheinlich möglich sein muss dass ich deine kl die gleiche rüstung wie du anhaben ich habe die gleiche rüstung wie du genau weil du auch die skelette rüstung hast aber nur im bauch ich habe sie komplett kriege ich nicht weil die anderen zwei sachen schwächer sind ja und das ist ja gar nichts eben nicht ich habe die rüstung langsam haben sind habe ich Das war's für heute. Bist du im Untergrund? Nee. Weißt du was, dann mach ich das so mit nah und fern. Wobei irgendeiner kommt, ist ein dritter Bob. Jetzt kann ich die nicht mehr benutzen. Das habe ich auch noch nicht mal aktiviert. Kein Wunder. So, Nähe und Wein entfernt gesendet. Jetzt kommt die Frage, ob mich jemand holen will. Und Hefe braucht es. Was ist denn die Kapuze der schwarzen Kehle? Ich geb mir zwei, drei Schwertern, Alter. Was soll ich damit anfangen? Also willst du gleich, so gesagt, da runter gehen? Nee. Warum mach ich das morgen? Ich mach für heute ja auch nicht mehr lange. Meinst du ich? Ich hab auch noch wichtigere Sachen zu tun. Einwachsen. Was? Was? Morgen mach ich vielleicht Dings, diese... Ah, Fabi, das ist immer... Die Arena. Kannst du das nicht mal davor? Was? Aber wenn ich dir so viel helfen konnte, mach ich das halt nicht. Und weil ich die letzten paar Male so viel gesammelt habe, habe ich jetzt richtig krasse eh... Richtig starke Waffen. 259 plus 162 Schaden mal körperlichen Schaden. Kritisch macht er 100. Genauso wie das große Breitschwert eigentlich machen Breitschwerder immer 100, ne? Ich glaub die haben noch nie einen Spieler gesehen mit 3 Breitschwerder, kann das sein? Ich bin irgendwie enttäuscht. Rufzeichen ist verschwunden. Hm. Egal. Geh ich mal weiter. Garnichts Quest kommt ja später nochmal. Immerhin kämpfe ich jetzt mit 3 Schwerder. Und er etwas dünnere Rüstung, was ich irgendwie besser finde. Brauchst du noch bei jemandem Hilfe? Beim Boss? Hm. Hä? Wobei liegst du denn hier im Thron? Ja, wir sind alle verloren, das weiß ich schon, ne? Wo ist das auch schon, ne? Ich als Befleckter, der bret den Erdenbaum wieder regiert. Bin doch kein schlimmer Mensch. Doch. Nö. Weil ich den Erdenbaum zerstören will, bin ich nicht schlimm. Doch. Nein. Ich muss da lang reiten, denn da runter. Okay. Dann geh ich hin, nein, auch nicht. Dann geh ich in den Tod. Let's go. Viel Spaß. Das sind ja diese Steinriesen. Werde ich mal Spaß haben. Bisschen hästigen Besitz. Das ist ja wieder witzig. Das ist ja wieder witzig. So. Hier muss ich nach da lang gucken. Ich muss reiten. Natürlich ist es nachts. Gibt es ja nichts besseres. Gute Nacht. Wo ist denn genau die Höhle? Hier genau unten. Ich hab dich vergessen. Bis jetzt nicht tot, oder? Nein. Nee, das Geruch höre ich gar nicht. Oh mein Gott. Wo reite ich lang, Alter? Ja. Plötzlich ein Sumpfgebiet. War hier nicht mal ein Bär? Bei der Goldenen Festung irgendwo? Ich muss irgendwann mal anfangen, alle Bären zu töten. Ach, guck mal hier sie. Ich hab die Höhle gefunden. Ich geh jetzt rein. Ab in die Höhlen. Was ist denn für eine Höhle? Nee, nicht schon wieder. Verlorene Gnade entdeckt. Geil. Das ist mein Traum. Verlorene Gnaden zu entdecken. Ich hab so viele von diesen Online-Spiel-Rufern. Muss ich jetzt alle loswerden mal. Wie viel hast du auch nicht gehabt? Ich hatte 30. Ich hab 27. Ich will jetzt alle loswerden. Aber was denkst du, was ich hier tue? Ah, hier ist gar keiner. Komm so. Komm, nee. Jetzt. Gar nicht mal schnell meine Dinge verballern hier. Hey, die hat mein Name geschaut. Die heißt auch Mia. Ach, deswegen heißt es bei mir Stern, Stern, Stern. Ja, so ist mehr was passiert. Ich glaube, in der Höhle, wo ich bin, ist doch keiner. Kann das sein? Hä? Geheimer Pfad. Versiegelter Tunnel. Geiler Name. Komm, bitte. Ich will die loswerden. Ich weiß nicht, auf was ich mich hier einstelle, aber irgendwas sagt mir, wird es euch ekelhaft. Und habt ihr Angst, dass ich ihn nur wegen meinen zwei Schwertern oder was? Mach ich eben ohne euch, fickt euch. Mach das wie letztes mach, bis ich jemanden gefunden hab. Das was ändert, weiß ich selbst nicht. Ich glaube, hier ist keiner. Das heißt, hier ist ein schwacher Boss. Okay, gut. Let's wets. Aber die versiegelten Tunnel. Ding. Dong. Oh, zwei Schläge. Ich bin in einem versiegelten Tunnel. Und holz. Alter, die haben ja... Hä? Die Steinriesen haben Schwäche gegen Elektrizität? Das heißt, diese Breitschwerter machen wir jetzt gerade mehr. Okay, dann behalte ich euch doch erstmal. So. Ey, ich hab noch zugeschaltet. Aua. Ey, wenn man jetzt so eine Spitzhacke von ihnen als Waffe bekommen könnte, das wär geil. Ah, hier ist ne Truhe. Und ich werd verarscht. Und hier sind kleine Zwerge. Hier sind Zwerge. Sind diese Blutungszwerge. Geil, bin ich für gar nichts jetzt hier reingegangen, oder wat? Ja. Muss doch irgendwo ein Boss sein. Ne, das ist echt. Hm. Hier ist ein Pfad. Keine verborgene Fahrt voraus. Oh man. Wenn das jetzt ein ganzer Tunnel ist, dann bin ich aber enttäuscht. Visionen hier vor, verborgene Fahrt. Okay. Hier muss irgendwo ein verborgen... Ah ja. Hier ist ein verborgene Fahrt. Ey, ach, deswegen heißt es der verborgene Tunnel. Ey, ne. Ist ja gar nicht geil. Vorher halb hier runter. Mal gucken. Was ist das denn? Warum sind die Bäume? Ach stimmt, ja, ich bin ja unter dem Baum. Und? Wen helfst du hier gerade? Kein. Okay, ich klettere hier gerade durch den ganzen Erdenbaum. Ich lauf gerade womöglich durch den ganzen Erdenbaum. Mann, das ist ja sehr geil. Erdenbaum-Erkundung. Und nein, du musst alle legendären Waffen erhalten. Alle legendären Aschen. Hey, bei mir steht nur eine legendäre Rüstung. Oh, scheiße. Das tat weh. Alle legendären Zürbereien aufzuführen. Hey, ne, ich weiß wo ich bin. Na du? Alle legendären Zürbereien aufzuführen. Oh, ne, und darauf hab ich keinen Bock. Boah! Ne, 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 ne. Ne, 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 ne! Okay, recht hoch! Ja, meine Höte! rivredd .. Wacht? Da war sowas von mein Spaß. Ich hab auch wirklich Bock dabei. Bin jetzt in ner scheiß Figur gestorben. Hm ... jetzt habe ich wieder so viele von diesen scheiß morris da mache ich nur noch diese höhle für heute schluss habe ich 31 dieser kack dinge weil er kein mensch ist spiele ich alleine oder warum sind hier keine menschen sehen jetzt auf einmal kommen drei leute vier leute die ist schon wieder hier zum verarschen ist auch hier ich kämpfe jetzt mit drei schwertern also ist sie gar nicht komisch aus donner rein mit gebrüll der lebt alles alter bist du immer noch im leben nein schläpp doch mal mit Gott denn jetzt? Nein, 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 danke. Und jetzt? Oh Mann. Der will mich töten. Und wie, der will mich ja wie töten. Rekursant getötet. Ein Rekursant, was ist das denn? Ich will hoch, ich will hoch, ich will hoch, ich will hoch. Keine Angst, es ist nur ein scheiß Baum. Es ist nur ein scheiß Baum, da brauchst du keine Angst haben. Soll das runterfliegen, macht dir keine Sorge. Oh, geil, hier ist eine legendäre Waffe. Oh, geil, keine Ahnung, sie braucht Wandis noch. Gute Nacht. Wo fühlt mich das denn jetzt hin? Äh, hier steht ein fucking Baum. Oh, hier ist eine heilige Maria. Ich habe die heilige Maria meiner Seite. Ob ich den Sprung überlebe? Und ich drück schon wieder den falschen Knopf. Das kann doch nicht angehen. Okay, jetzt mal kein unsichtbarer Pfad. Okay, gut. Schmiedestein. Okay, wo jetzt lang? Wer hat seine Schrift direkt da hingepackt? Mensch Moris, musstest du das tun? Ja, ich glaube auch sowas von auf dem Baum, ich bin auch sowas von so verrückt. Oh, meine Güte, ey, ich hasse es. Mann, wer hat hier diese scheiß Schrift hingepackt? Direkt bei der Leiter hat jemand was hingeschrieben, Riss, kommst du da nicht hoch? Ah ja, jetzt hört sich. Versuche nicht runter zu plumpsen. Oh, ne Weile tut, tut mir sehr leid. Zack, und jetzt einmal hier, ganz vorsichtig, und da rauf. So, und jetzt haben wir das, jetzt bin ich hier. Und jetzt muss ich da rein. Aua, aua. Explodieren. Das sind explodierende Steindinger. Lolle, mies. Kugelwillis. Und was gab's noch? Oh, fuck my life. Ruinenfragmente waren jetzt nicht so wichtig, ne? Na gut. Daher ist was Wichtiges vielleicht. Alter, Reißzahn? Hm, oh, dahinter ist ja auch noch was. Kein Fahrt voraus. Alter, wieviel liegt hier? Oh ne, ich kann hier Party machen, soviel liegt hier. Oh ne, ich kämpfe mir drei Schwerter an. Oh ne, was ist das denn? Oh Gott. Es wird noch schlimmer, Robbys. Es wird noch schlimmer. Oh my God. Also ich glaube, schlimmer kann man ein Spiel nicht sein mit Bäumen, auf die man rumklettern muss. Das tat, glaube ich, weh. Viele Fragmente liegen hier rum. So, ich kann jetzt Radarnschwetter benutzen. Oh, geil. Aber was ist denn hier? Oh man, hier ist nichts. Ich bin enttäuscht. Ey, wie vertraue ich den Teilen nicht mehr? Oh, nix, Fürst. Oh mein Gott. Warum ist der so hässlich groß? Was bist du denn? Ah ja, aua. Aua. Ah, mach du mal. Ja. Ja. Aua, aua. Nichts zu Ende. Aua. Alta. Oh, nix. Großschwert. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Vielen Dank. Alter. Okay, gucken wir uns weiter. Ich kann mal raus. Was bin ich denn hier? Was ist denn? Alter. Kinnig. Praktisch. Dafür musste ich mich metzeln lassen. Ernsthaft? Mensch. Absolut fest verschlossen. Interessant. Aber auch. Wie komme ich denn da rein? Hätte ich nur die benötigten Objekte. Sie dürfen nicht. Preise, Nachricht und dann Tür versuchen. Immer noch absolut fest verschlossen. Heiliger Thurm West Althus. Okay. Habe ich irgendwas versehen? Heiliger Thurm West Althus. Die Höhle ist ja abgeheackt, aber hier ist ein Thurm. Den gucke ich mir später mal genauer an, Leute. Deswegen setze ich da mal eine Flagge hin. Sieht so aus, als könnte man in den Reihen kommen. Aber wie genau, weiß ich selbst noch nicht. Deswegen wird die nächste Reise hier stattfinden und nirgendwo anders. Damit heißt das, wir sehen uns in der nächsten glorreichen Folge wieder. Und ja, das war es jetzt mit der Folge Plattboden, Alter. Nee. Elden Wing. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Lasst ein Like da. Ihr kennt ja den ganzen Bischung. Zauber lernen. Er wird die Magie schadenresistent. Was kann ich denn noch mit dem? Oh, geil. Aber genau gucke ich mir das jetzt mal an, kurz. Was brauche ich dazu eigentlich? Zauberstopp. Zauberstopp müsste ich haben. Für ein paar andere muss brauche ich ein Trage. So. Äh, nein. Ich brauche dafür das andere. Okay. Sehr wahrscheinlich, oder? Klingel der Ordnung. Flammen. Was zum Fick ist das denn? Okay. Was brauche ich für das Schwert? Ist eine andere Frage. Zauber lernen. Es verzaubert die Waffe in der rechten Hand. Ach ja, stimmt ja, weil ich ein Dornschwert habe, bringt das mir ja nicht viel. Ich die beiden mit. Vielleicht, vielleicht ganz später mal. Sehr nützlich. Jetzt erstmal noch nicht. Jetzt ist erstmal nicht nützlich. Immerhin habe ich zwei Schwäder. Und beende jetzt die Folge lieber. Wir sehen uns in der nächsten chlorreichen und verwüsteten Folge Elden Ring. Wir sehen uns bei der nächsten mal wieder. Haut rein. Lasst einen Like da. Abonniert, wenn euch das immer gefällt. Ciao. Bis zum nächsten Mal.